Die Lambretta. Design-Ikone seit 1947. Der legendäre Roller mit flottem Design wurde nur bis 1971 im Ursprungsland Italien produziert. Ein Kultobjekt, das nun Generationen von Menschen in ihrer Leidenschaft verbindet. Eine Tradition wird am Leben erhalten, dank vieler Enthusiasten und Individualisten, die ihr Können und Wissen an andere weitergeben. Die einen legen Wert auf die Originalität der Lambretta, während andere ihrem Roller durch ihre eigene Note Einzigartigkeit verleihen. Gemeinsam lebt so die Lambretta weiter. Und mit ihr die Legende. Liebhaberei und Leidenschaft hat auch etwas mit Verrücktheit zu tun. Man muss schon das Besondere liegen, wenn man quer durch Europa auf einem Roller fährt, oder? Aber es ist eben nicht einfach nur ein Roller. Und da fährt es sich leicht und bequem. Aber es kann auch mal schneller geben. So wie wir vom Lambretta Club Austria europaweit Treffen besuchen und dabei die Geselligkeit mit Gleichgesinnten pflegen, laden auch wir ganz Europa ein, uns zu besuchen. Denn Lambretta fahren ist unsere Gemeinsamkeit. Let's go. Musik Das Leben kann so leicht sein. Mit einer Lambretta. Oder noch besser, mit vielen. Begleiten Sie uns. Gemeinsam zu Euro Lambretta 2015 in Österreich.